Ich habe gesucht, um den Abschluss zu schaffen, hatte auch die zwei Punkte mitzunehmen. Manchmal ist es auch besser, ein Team einfach Waffe zu erzielen. Aufsander erfolgreich. Die deutschen Mannschaften sind in den Kampf dann recht erfolgreich. Unsere Damen-Nationalteam hat vor kurzem erst den Weltmeisterteam in China erhoben. Und auch die Männer waren bis ins Halbfinale vorgebrungen. Die haben in den vergangenen Jahren aber auch ihre Weltmeisterteam erreichen können. Also, die Chancen-Gallern hier in Deutschland einen Erfolgsportart. Wir hoffen auch, dass... Wir haben den 13. Jahrzehnt, das kann also noch ein, der wird das fein. Ein Röder-Schuhn will keiner erleben, dass ein Röder-Schuhn noch so lange gespielt wird. Ich bin der Röder-Schuhn, das war dann auch ein Ziel, der der das hier heute kommt. Einer, Einer! Einer! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm!